Hallo liebe Leute, ich begrüße euch zu der Verlosung mit Nixaboy, Jerry ist leider weg, Schule, Gymnasium, die Verlosung für das Gewinnspiel für Betakee, drei Betakees, genau, und hier ist eben das random Dienstbumsteil, das ist auf dem Bildschirm, wahrscheinlich, hoffentlich, auf random.org. Und wenn ich jetzt hier unten drauf drücke, seht ihr die Gewinne, sie werden aber zuerst noch zentiert, damit es ein bisschen spannend wird. Soll ich drauf drücken? Willst du die Ehre haben, drauf zu drücken? Also warte, stopp, stopp, das sind die Namen, also werden sie mal vorlesen, die, die, die Kommentare geschrieben. Also Marveluebek, Oli Malstrauss, Fallax86, Matthias Schmidt, Freddy Mercury Owns, Bisgruga, Oli Malstrauss, Bisgruga, Oli Malstrauss, Oli Malstrauss, Ferdinand Quad, Mr. Kinderzwerg out. Wahrscheinlich hört es direkt. Und der Squeaky 217. Also, wenn jetzt nichts, ob ihr euch hier drauf drückt, vermischt es die, und die ersten drei, die oben sind, das sind die Gewinner. Aber sie werden alle Tests entzieht, damit es eben spannend ist. Drei, zwei, eins, boah. Okay, wir wissen die Gewinner. Ja, wir wissen nicht. Ich werde sie nie erfahren. Ja. Ne, okay. Ähm. Wie ist das? Äh, keine Ahnung, wir... Ne, wir machen von 10. Platz nach, es sind 10 Plätze. Und die ersten drei gewinnen. Okay, also wollen wir von unten nach oben. Ja, okay. 10. Platz ist Matthias Schmidt. Applaus! Tut mir leid, Matthias Schmidt, aber du hast leider... Es wird wahrscheinlich noch mehrere weitere Keylings gehen. Dann den AOD4Dream. Neunter Platz. AOD4Dream. Hat leider auch kein Key. Dann Ferdinand Quad. Tut mir leid, bis zum nächsten Mal. Dann siebte ist Piskuga. Sechste ist Falax. Sechsundachtzig. Und dann... Fünfund haben wir einen treuen Abonnenten von uns. Marlueb. Hat leider jetzt kein Key gewonnen, aber er ist wirklich ein treuer Abonnent. Danke viel, Mann. Danke viel, Mann. Danke viel, Mann. Danke viel, Mann, dass du unser Video so kommentierst. Und dann... Dann... Vierter Platz. Der ist Quiggy217. Und Quiggy. So, und da haben wir... Jetzt haben wir die ersten drei. Genau. Der Freddy Mercury Owens ist auf Platz drei. Platz drei mit einem Better Key. Herzlichen Glückwunsch. Macht nichts Blödes mit dem Key. Aber ja. Zweiter Platz ist der Mr.Klatzwerk Out. Genau. Und erster Platz ist... Olimar Strauss. Olimar Strauss. Wuuuuh. Ihr drei seid die Glücklichen und habt jetzt ein Key. Von Planet Seid. Das war... Für alle anderen keine Angst. Das Spiel kommt bald raus. Also bald, auf jeden Fall. Aber es werden weitere Keys, mit jedem Mail, die sie uns schicken, wird praktisch eine Key geschickt. Also es gibt sicher noch ein paar Chancen für euch. Denk ich mal. Hoffentlich. Hoffentlich. Ich hab das Spiel ja auch. Dann krieg ich ja auch noch Mails. Und Nitzelbock auch. Und Jerry auch. Da haben wir noch ein paar mehr Mails. Ja. Also, danke vielmal, dass ihr mitgemacht habt. Und unsere Videos schaut. Hoffentlich. Wahrscheinlich nicht alle. Aber ich weiss, dass der Mr. Schillerzwerk hat ja gerade mit... gerade neu zu uns... Ah, abonniert, ja. Abonniert. Danke vielmal an dieser Stelle. Danke fürs abonnieren. Ähm, Freddy McCurry ist, glaub ich, der Mr. Kraner. Der versteht sowieso nichts. Der freut sich einfach, dass er jetzt Dritter ist. Ja. Oh, das wissen wir ja nicht. Ich bin auch Schweizer. Ich verstehe. Und Deutsch. Ja, aber jetzt... Er hat... Er hat... Er hat... einen englischen Kommentar geschrieben. Genau. Ne. Ne. Ja. Er hat ja auch Peter Klingi dabei gelesen. Okay. Also, danke vielmal und bis zum nächsten Mal, würde ich mal sagen. Tschüss, Leute. Tschüss, Leute.